Was ist das Spiel geht? Schrotz, denn sich für einen Lappen-Heiß-Manuel Ehe-Hehe Ehh 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 Ehhhh Ehh Ehh Ehhhh Ehh 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 Du bist ein Lappen. Du bist ein Lappen. Ich heiße auch nicht Bekir. Man, Schottan! Nee. Ich kann doch hier spawnen. Ich bin doch auch hier spawnen. Ist ich Bekir? Nein, du heißt Daniel. Er spawned. Hinter mir. Ich bin ganz ruhig. Ich hab meine Drohne erreicht. Ich geh jetzt ganz lang ins Mikrofon. Nee, Mann, lass das Mikrofon aus der Maul raus. Essen kannst du später. Eigentlich so wie Jackie. Ich friss den ganzen Tag. Drei Stunden lang für ein Brot. Mein ganzes Brot. Lass mich von den Uran-Utan raus. Ich komm mit der Strohfleet. Ich bin Strohfleet-Uran-Utan. Verdammte Camper. Ich glaub ich muss mit der Scar spielen, damit ich was treffe. Ich hab ne Reichweite, die ist so lang wie mein Pimmel. Kurz! Lappen! Ich heiße auch nicht Bekir. Da ist ein Bekir. Ja! Komm in mein Versteck rein! Komm! Zero, mach es! Seidon! Achtung, Olympic hinter dir! Oh mein Gott, dann werd ich von der Strohfleet gekillt! Lappen! Lappen! Wer heißt mit zwei? Mit Nachnamen Lappen. Manuel! Ja, Florian. Alter, was für ne Reife da haben! Das schruffet manchmal! Mann, ich werd von diesen Shotgun Gure oder wie auch immer Lappen geholt. Deine Mutter hab ich nicht ins Bett bekommen, du Fotze! Maul, du Pengel! Dich doch nicht! Ah! Du bist Kind! Er klaut mir den Kehl! Er klaut mir den Kehl! Er klaut mir den Kehl! Er rast laut! Ich schnitt seine Mutter auf und wisch ihn mit mir den Arsch ab! Und steck sie dann in die Toilette! Du kleiner Judenbengel! Ah! Was? Ah! Scheiß Rotzbengel! Ah! Wenn ich fertig bin mit dir, siehst du aus wie Dalai Lama! Ah!